Bei der Aufnahme der ukrainischen Kriegsflüchtlinge haben wir ja das Statement der Innenministerin, dass sie nicht registrieren möchte. Gleichzeitig braucht es aber eine systematische, lückenlose, auch täuschungssichere Registrierung. Dazu fehlt teilweise in Berichten zufolge sogar die nötige technische Ausstattung, etwa für die Speicherung von Fingerabdrücken. Es gibt Vorschläge der Bundespolizei, wie man das geeignet kanalisieren könnte. Klar ist natürlich, dass nur durch wirkliche Überprüfung der Personaldokumente und auch Erfassung der Identität eine angemessene Planung und Organisation der Versorgung und auch eine belastungsgerechte Verteilung ermöglicht werden kann. Auch Mehrfachregistrierungen sind natürlich so auszuschließen. Und ja, in der Tat, es gibt Berichte, dass Sicherheitsbehörden, darunter Bundesnachrichtendienst, warnen, dass Schleusernetzwerke und es heißt sogar explizit möglicherweise auch terroristische Gruppierungen bereits aus den unterbleibenden genaueren Erfassungen ihre Schlüsse ziehen. Und eine aktive Bewerbung dieser neuen Ukraine-Route unternehmen und gefälschte ukrainische Pässe im Umlauf sein. Es gibt da also erhebliche Sicherheitsrisiken und es gibt natürlich auch das Phänomen, es klang schon an, der Trittbrettfahrer, die sich fälschlich als Ukrainer ausgeben oder dann herkommen, um im Streben der Kriegsflüchtlinge mit einzureisen und dann hier Asyl zu beantragen. Sicherzustellen ist auch, dass im Zuge des ganzen Fluchtgeschehens die nicht ukrainischen Staatsangehörige, die aber jetzt in dem Zustrom kommen, berichten. Zufolge gibt es da Fälle, wo plötzlich nicht ukrainische Frauen und Kinder auftauchen, sondern mehrheitlich Afrikaner oder Sinti und Roma, dass die gemäß Massenzustromrichtlinie, die hier gezogen wurde, in ihr Heimatland zurückkehren. In Frankreich gibt es Berichte, dass das Prozentsätze um die 30 Prozent sind. Das ist die Dimension der Registrierung. Dann gibt es die Dimension, dass Kapazitäten zur Aufnahme freizusetzen sind, weil der Zustrom täglich noch anhält. Da sind die Unterdimensionen einerseits natürlich endlich mal in Angriff zu nehmen. Die tatsächliche Rückführung der knapp 300.000 vollziehbar ausreisepflichtigen Asylbewerber, die also nicht korrekt ihre Schutzbedürftigkeit beantragt haben, die diese vorgetäuscht haben. Die Ampelkoalition hat angekündigt, einen Rückführungsbeauftragten zu ernennen. Das wäre jetzt sicherlich ein geeigneter Zeitpunkt, das auch mal zu tun und umzusetzen. Gleichzeitig sollten vor dem Hintergrund auch ganz explizit alle zusätzlichen Aufnahme, Relocation, Resettlement-Programme mindestens ausgesetzt werden. Und auch, wie es schon mal im Zuge des 2015er Zustroms geschah, der Familiennachzug für lediglich subsidiär Schutzberechtigte ebenfalls ausgesetzt werden. Das war seinerzeit von März 2016 bis Juli 2018 schon mal der Fall. Das sind die Dimensionen Kapazitäten freisetzen und zu guter Letzt eben die Versorgung der wirklich hier Befindlichen. Es gibt ja die ukrainische Kritik, wenn man eines nicht wolle, was also die Kinder und Jugendlichen angeht, dann eine Integration ins deutsche Schulsystem. Das heißt wörtlich, dass das ukrainische System intensiver vollzieht sich in kürzerer Zeit als in Deutschland und hat höhere Anforderungen. Und man wolle auch nicht, dass in Integrationsklassen immer noch, Zitat, die nationale Identität Schaden nehme. Ganz interessant zu hören und vor dem Hintergrund des anzustrebenden baldigen Rückkehrs und des Wiederaufbaus, also es gibt ja jetzt schon Rückkehrbewegungen in den Westteil der Ukraine, sollten wir als Deutschland natürlich nicht diese dort vorhandenen Fachkräfte jetzt missbrauchen, zur Behebung eines etwaigen hiesigen Fachkräftemangels und da einen Braindrain der Ukraine verursachen oder eher gar ihre Zukunft nehmen in Gestalt ihrer Kinder. Da muss die politische Kommunikation so gestaltet werden, dass eine Rückkehr intendiert ist auf allen Ebenen. Und last but not least gibt es auch die europäische Dimension, ich sage bewusst europäisch, nicht EU. Anders als 2015 haben wir ja diesmal überwiegend augenscheinliche Kriegsflüchtlinge und die fliehen auch nur in Anführungszeichen bis in europäische Nachbarstaaten, sodass hier die jeweiligen Aufnahmekapazitäten berücksichtigender Schlüssel zu initiieren werden, wäre für Staaten in und außerhalb der EU. Sicherlich nicht hilfreich ist es, wenn die deutsche Außenministerin proaktiv mal die Zahl von 10 Millionen, die sie auf jeden Fall aufnehmen will, in den Raum stellt. Da sagt sich dann natürlich jedes andere Land, lass sie machen, Deutschland wird es richten. Das ist vielleicht kontraproduktiv und ein hausgemachtes Problem, dass da der Schlüssel nicht kommt. Also diese Dimensionen, die Registrierung sicherstellen, die Kapazitäten freisetzen, die Rückkehrfähigkeit fördern und auch eine europaweite Verteilung, wären grundsätzlich die wichtigsten Dimensionen dieses Antrags. Gibt es Fragen dazu? Flüchtlinge, Ukraine, bitte. Herr Kurio, Sie sagten eingangs, Fäser wolle nicht registrieren. Habe das auch so gesagt? Da fehlt mir ein Stück Film. Könnten Sie mal sagen, wo genau und wie Sie das wörtlich gesagt haben? Also mir ist bekannt, dass es bei der Registrierung stockt, wenn man mal wieder Probleme gibt, aber das ist eine Absage. Ja, das ist vom 27. März. Das ist, können Sie unter tagesschau.de googeln, Fäser gegen Registrierung Geflüchteter. Gibt es sozusagen ein explizites Fässestatement, dass man das nicht. Bundesinnenministerin Fäser will nicht, dass alle geflüchteten Menschen aus der Ukraine in Deutschland registriert werden. Explizite nachzulesen. Danke für die Frage, für die Klarstellung. Das ist wichtig an der Stelle. Frau Lindner, bitte. Herr Kurio, ich habe eine Frage. Von welchen Zeiträumen gehen Sie denn aus, was die Rückkehr angeht? Also sind das jetzt drei Monate, sind das sechs Monate. Auf welchen Annahmen des Kriegs- bzw. Kampfgeschehen in der Ukraine basiert denn Ihre Annahme? Ich habe eigentlich nicht so sehr eine Annahme, als die Aussage war, die politische Kommunikation sollte derart gestaltet werden, dass die Zielvorstellung, anders vielleicht als in früheren Fluchtbewegungen, nicht auf eine Integration abzielt, sondern auf eine Befähigung zur Rückkehr. Das wird einerseits für die Kinder und Jugendlichen vom ukrainischen Bildungsministerin, wir der reportierten Aussage der ukrainischen Generalkonsularin in Deutschland, explizit so eingefordert. Andererseits, glaube ich, ist angesichts der Bilder uns allen klar, dass für den ja anzustrebenden baldigen Wiederaufbau, wird vielleicht zuerst im Westteil beginnen, alle Fachkräfte, soweit sie denn vorhanden sind unter den Flüchtlingen, dort gebraucht werden. So wie die letzten, da kann jetzt jeder spekulieren, die letzten Bewegungen der Kriegsbilder aussehen, sieht es ja im Moment so aus, ich hatte es auch erwähnt, es gibt schon eine Rückkehrbewegung in den Westen, dass im Westen tatsächlich die Dörfer, zum Beispiel um Kiew, sicherlich auch wieder aufzubauen sind. Also ich könnte mir vorstellen, dass da zunächst eine Rückkehrbewegung sich in Gang setzt. Womöglich ist es auch so, dass wenn das im Osten schwieriger wird, dass die ukrainischen Flüchtlinge aus dem Ostteil vielleicht auch gerne in einem von der westlichen Welt unterstützten Westteil der Ukraine sich wieder befinden mögen, eher als im fremdsprachigen Ausland. Insofern, die Kriegssituation ist ja nicht homogen innerhalb der Ukraine, wenn sie den Westen und den Osten vergleichen. Insofern, glaube ich, muss man da differenzieren. Im Westen wahrscheinlich relativ bald, im Osten länger, aber das muss nicht heißen, dass die aus dem Osten kommenden Flüchtlinge nicht zurück wollen, weil sie vielleicht dann lieber in die Westukraine wollen als nach USA, England, Frankreich, Deutschland, was auch immer.